18. Dezember, 18. Türchen. Herzlich Willkommen zurück zum Peerboard-Fans-Kalender 2019. Nehmen wir das Paket auch mal wieder nach vorne. Wieder schön eingepackt. Packen wir das aber gleich mal aus. Wieder was von Beko. Und zwar gibt es hier die Überraschungsvulkane. Zwei Stück sind wir auch beide. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So jetzt die Überraschungsvulkane von Beko. Ja, lautes Quack-Kling. Aber die Blende ist glaube ich ein bisschen kürzer als sonst. So jetzt.